hallo liebe freunde meines kanals eure cara ist da nach einigen wochen mal wieder bei kaufland schauen was die inflation so macht wie die preise geworden sind bei getränke mehl butter und so weiter geht mit mir durch kaufland lassen uns überraschen bis gleich raps öl 1,99 sonnenblumenöl 2,99 ist auch egal welche marke 2,99 findet er das gute tommy 4 euro da oben ist was mir lieberes 2,39 ja mayonese ist nicht so viel da per seel alles leer so auch späß leer späß oder sowas wie henke dali haben sie ja das ist auch nicht mehr viel da haben sie ein bisschen vollwaschmittel flüssig ich nehme nur pulver ich will meine maschine nicht dass es stinkt und kaputt geht aber die leute die auf flüssig waschmittel stehen da da sieht es nicht so gut aus die haben man auf hohem niveau ne küchentücher und toilettenpapier guck mal 2,99 für vier packungen für vier packungen für vier packungen für drei euro acht mal dreilagiges toilettenpapier 3,99 das normale 5 euro eine rolle circa 50 cent da geht das ja hier schon fast 3 lage ich 10 mal 200 blatt für 375 der preis ist okay mittlerweile da könnte man natürlich sagen so viel teurer ist jetzt hakle nicht 399 aber hakle hat nur 8 mal 130 und die anderen haben 200 mal achte auf das kleingedruckte 4 mal 180 339 mal gucken was aus hakle wird eigentlich schade drum anscheinend gibt es gerade lieferschwierigkeiten bei haribo ist nicht mehr viel da keinen aktionsstand irgendwo anders gesehen chips sind im angebot 1 25 wenn man jetzt ein bisschen die werbung studiert weiß man dass man diese woche woanders sehen kann hingehen kann auch die gleiche menge drin für 99 ich habe schon 200 gramm packungen gesehen für 99 cent 1 25 nicht für so viel luft leute vergleicht die preise und vergleicht die menge die in etwas drin ist auch das schafskäse ist im angebot für 169 ja toll aber dann sind es nur 150 gramm anstatt 200 oder hier 150 anstatt 200 immer alles schön vergleichen und kontrollieren sagt auch der verbraucherschutz ich habe ein schnäppchen entdeckt wein stefan butter für 2 euro 19 das andere ist 2 90 2 29 und dann sind wir mal beim mehl mehl aus den ländlern 405 2 99 ich brauche auch ein mehl 11 29 und 550 brauche ich auch da 1 19 unser usaft ist auch um 20 cent teurer geworden netto kostet der mittlerweile auch 1 79 1 99 so meine lieben freunde das war es heute von kaufland kein kleiner tipp noch zwischendurch pellets katzenstreu 5,5 kilo der sack billiger als im baumarkt bei obi oder bauhaus sind momentan die belle zu kaufen pellets werden zwar billiger aber das ist anscheinend bei den baumärkten noch nicht angekommen jetzt geht es noch zu aldi mal gucken was es da gibt nachher die videos schneiden ich weiß noch nicht ob ich bei aldi video mache mal gucken und dann geht es nach hause ich freue mich auf eure kommentare abonniert meinen kanal drückt die glocke es kommen ja nicht nur katzenvideos ihr wisst es ja schön dass ihr geschaut habt lieben dank eure kara